Panikattacken sind plötzlich einschießende Ängste, die mit körperlichen Symptomen wie Zittern, Schwitzen, Herzrasen einhergehen, teilweise mit dem Gefühl ohnmächtig zu werden oder verrückt zu werden, zu sterben, Angst vor einer körperlichen Erkrankung, die einige Minuten aber auch länger anhalten können und danach mit dem Gefühl der Erschöpfung einhergehen. Teilweise kommen die aus heiterem Himmel. Teilweise sind die eine gewisse Situation, wie zum Beispiel enge Räume, auch gebunden.